Wenn ich in der Küche bin, dann benutze ich ihn, um mich entlang der Zeile, der Gegenstände, ein bisschen einfach fortzubewegen. Das machst du einfach mit den Füßen, schiebst du dich dann an, oder? Füße und Hände. Ah ja, perfekt. Eben diese tolle Mobilität, das hilft mir und das nutzt mir. Eben diese tolle Mobilität.